Alles das, was jetzt so großspurig diskutiert wird, Antikolonialismus, Antirassismus, natürlich auch Kampf gegen die Nazis und vor allen Dingen natürlich auch Feminismus, das sind Produkte der westlichen Welt. Denn gerade die westliche und nur die westliche Kultur hat diese Disziplin der Selbstkritik entwickelt. Es gibt keine andere Kultur auf der Welt, in deren Zentrum so sehr Möglichkeiten der Selbstkritik verankert waren wie die westlichen. Das heißt, all das, was jetzt gegen den Westen mobilisiert wird, ist vom Westen selber entwickelt.